In den heutigen Vivi News schauen wir uns auf jeden Fall den kommenden Drop an und zwar in Vivi wieder von James Bond. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall hier nochmal die Dropdetails an für den Potion Drop. Unter anderem gab es einen OTC-Deal, einen außerbörslichen Deal bei Vivi. Darauf gehen wir auf jeden Fall auch noch ein, was sehr, sehr interessant ist. Unter anderem wird Disney seine Ford jedenfalls für das Metaverse-Programm schließen. Und was das mit Vivi zu tun hat, das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv wissen solltest. Und heute habe ich auf jeden Fall eine Million mit dabei, sei es über Disney und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, wenn dir auf jeden Fall mein Kanal gefällt, dann abonniere ihn auf jeden Fall sehr gerne und aktiviere die Glocke. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt rein ins erste Thema. Zum Anfang ein ganz kurzer Hinweis für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Es gab die Zeitumstellung, das bedeutet für uns bei Vivi, dass wir jetzt auch wieder um 17 und 21 Uhr Drops haben. Und zum Start würde ich auf jeden Fall sagen, starten wir auch direkt rein ins erste Comic. Und das ist nämlich Dark Avengers Hashtag 1. Und das Ganze droppt heute um 17 Uhr deutscher Zeit. Das Ganze wird hier insgesamt einmal mit 5 Cover droppen, die ihr hier einmal seht. Ansonsten habt ihr hier nochmal einen Collectible Breakdown, das werde ich euch hier unten nochmal rein verlinken. Ansonsten natürlich wie immer mit exklusiven Rare und auch Ultra Rare Covern und eine Editionzahl von 7500 Stück. Verteilung an dieser Stelle auch wie immer und ein Listenpreis von 7 Gems. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall kein Drop, den ich jetzt hier mitnehmen werde, weil es ist tatsächlich nur in Anführungszeichen die First Appearance of Dark Avengers. Und wir haben tatsächlich hier auch bei den Preisen für das Comic selbst ja nicht allzu hohe Preise. Eine 9.8 gerade mal für 120 Dollar ist halt einfach nicht allzu viel. Trotzdem, wenn ihr das Cover feiert, kann es auf jeden Fall mitnehmen. Zum 60. Geburtstag des 007 Films bzw. 007 Reihe wird es auch hier wieder am Mittwoch um 21 Uhr deutscher Zeit einen Drop geben mit weiteren Postern von James Bond. An dieser Stelle sehen wir hier schon mal ein Poster. Ich muss sagen, ja, ist für mich mittlerweile ehrlich gesagt uninteressant, da wir mittlerweile sehr, sehr, sehr fette Serien von diesen Postern haben. Ich persönlich habe nur eins, aber ja, schreib mir gerne in die Kommentare, ob du den ganzen Drop mitnimmst. Ich gehe mal aber stark davon aus, dass die meisten diesen Drop skippen werden. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es hier wieder einen Air-Drop gibt, der vielleicht den einen oder anderen doch ermutigt, dann hier den ganzen Drop mitzunehmen. Sobald es dazu weitere Details gibt, werde ich sie dann natürlich hier auf dem Kanal vorstellen. Und ansonsten, auf den Mittwoch kommt tatsächlich noch ein weiterer Job, denn der Job, den ich gerade genannt habe, der kommt um 21 Uhr deutscher Zeit. Und jetzt haben wir den Job, der hier um 17 Uhr deutscher Zeit kommt, nämlich der Disney Platin Moment Potion Drop. Und da wird es nämlich jetzt spannend. Das Ganze kommt, wie gesagt, um 17 Uhr deutscher Zeit am Mittwoch. Und hier haben wir das Ganze ja schon einmal besprochen. Hier geht es nämlich um die Platin Moments aus dem letzten Drop. Und insgesamt bekommt man hier eine Potion. Das Ganze hat einen Listenpreis von 30 Gems, eine Editionzahl von 1923 Stück, ist eine Seagull Jar und natürlich eine First Edition. Ihr könnt das Ganze entweder halten oder ihr verwendet das Ganze in ein Poster. Wenn ihr das Ganze burnt, zusammen mit einem Platin Moment. Und dann habt ihr die Möglichkeit, entweder hier euch so ein Mickey Poster zu minden. Dann entweder hier ein Donald Poster oder zum Beispiel auch ein Mickey Poster oder auch ein Dumbo Poster. Die Editionzahl der gesamten Collectivist hängt dann einfach davon ab, wie viele Leute sich hier wirklich entscheiden, sich ein Poster zu holen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Poster nicht allzu schlecht performen. Da meiner Meinung nach jedenfalls sie sehr, sehr cool aussehen. Schreib mir aber auch sehr gerne deine Meinung unten in die Kommentare dazu. Und ansonsten haben wir das Thema Drops abgeschlossen und kommen zu ein paar Ankündigungen. Und zwar nämlich Auszahlungsaktualisierung hier von Vivi einmal. Und zwar arbeitet Wire nämlich momentan zusammen mit anderen Banken, um hier das ganze Payout Prozedere schneller und auch günstiger eventuell zu gestalten. Das Ganze wird aber auch mit einem kleinen Haken dazukommen. Nämlich am 30. März wird das Ganze hier erstmal kurzfristig auf jeden Fall geschlossen mit dem Payout. Wer bis dann noch Payout machen möchte, der sollte das definitiv jetzt noch machen. Aber ansonsten ist es halt etwas temporärer. Ich gehe davon aus, dass es im Laufe des nächsten Monats dann auch wieder Payout geben wird. An dieser Stelle muss man ganz klar sagen, hat Vivi damit wenig zu tun. Es ist an dieser Stelle wirklich Wire. Was Vivi tun könnte, wäre natürlich aktuell einen neuen Partner suchen, mit dem sie dann auch noch etwas aufbauen, dass es nicht nur Wire ist. Aber das ist leider Vivis Entscheidung. Und ansonsten kommen wir zu der Sache, die eigentlich super viel die Runde gemacht hat die letzten Tage. Und zwar nämlich ein OTC-Deal. Und was ist ein OTC-Deal? Wahrscheinlich werden es die meisten Leute von euch nicht wissen. Ich wusste es persönlich auch nicht. Jedenfalls nicht mit der Abkürzung. Ein OTC-Deal ist ein Over-the-Counter. Und das ist nichts anderes als ein außerbörslicher Handel. Das heißt, jemand hat hier außerbörslich, außerhalb des Marktplatzes, in dem Fall der gute Danny, hat hier einmal Collectibles gekauft von Vivi. Und das sind tatsächlich auch ziemlich krasse Collectibles teilweise mit sehr, sehr guten Mints. Teilweise Sub-Hundreds Mints, zum Beispiel von Comics. Er hat zum Beispiel auch die Mint 100 vom Marvel Comic 1 gekauft, von der Common. Also hier sind teilweise sehr, sehr, sehr starke Comics mit dabei. Ich habe so ein paar Preise gelesen, wie viel da wirklich bezahlt wurde. Ich habe so mitbekommen 50.000. Das kann aber auch falsch sein. Falls du da mehr weißt, schreib es mir sehr gerne in die Kommentare. Aber ja, was ist denn jetzt hier mit diesem OTC-Deal? Es hat auf jeden Fall viel die Runde gemacht und auch viele Leute so ein bisschen aufgeregt, muss man ganz klar sagen, dass Danny an dieser Stelle hier das Ganze gemacht hat. Nicht unbedingt, dass Danny das Ganze gemacht hat, aber dass Vivi das nicht kommuniziert hat, dass man das machen kann. Und hier ist natürlich auch Harris Ryan mit einer der größten Vivi Whales ein bisschen auf David Hume zugegangen. Und er meinte dann, dass hier auf jeden Fall das Ganze noch kommuniziert wird. Und er momentan auf jeden Fall noch am Fliegen beziehungsweise im Transit ist, aber sobald dann es möglich ist, kommunizieren wird. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch im April ein AMA mit David Hume machen. Und dementsprechend könnte das auf jeden Fall hier auch eine Sache sein, die wir ansprechen können. Ansonsten schauen wir uns noch ein paar Zahlen an. Und zwar nämlich von der guten Vivi Fox. Und zwar eigentlich einmal die Weekly Daten vom Markt. Insgesamt hatten wir in der letzten Woche aktive Wallets in etwa 17.626. Insgesamt eine Steigerung von 11%. Traders hatten wir 4,3%, insgesamt 41.000. Buyers hatten wir insgesamt 5,9%, 7.666. Und Seller hatten wir natürlich wieder ziemlich viele, nämlich 11,1% im Plus hier mit 9.267 Stück. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Menge. Dementsprechend sieht man hier auch ganz klar in den Zahlen weiterhin. Und ihr habt es wahrscheinlich auch am Markt gemerkt, dass die Preise teilweise immer noch weiter fallen und fallen und nicht wirklich aufgefangen werden. Außerdem schauen wir uns noch mal ganz kurz einen Tweet an zum Thema Viviverse. Und zwar von Reese. Und der hat hier nochmal getweetet, dass es auf jeden Fall momentan erstmal kein Datum gibt. Aber sie uns auf jeden Fall wissen lassen, wenn das Ganze dann wirklich droppt mit dem Viviverse Phase 1. Ich gehe aber sehr stark davon aus, dass wir es in Q2 sehen werden, weil es einfach unterschiedliche Dinge gibt, was ihnen einfach Druck macht, dass sie das wirklich jetzt auch leasen müssen. Nicht nur die Community, sondern auch viele andere Dinge. Schauen wir uns auf jeden Fall mal das andere Metaverse an und zwar nämlich das von Disney. Und hier gibt es einen, ja wie soll man sagen, negativen Bericht eigentlich eher schon. Dass sie nämlich insgesamt das 50-köpfige Team, was hier am Metaverse gearbeitet hat, erstmal jedenfalls dann gefeuert wird gerade und durch Stellenstreichung das Ganze hier erstmal wegfällt. Ob das jetzt positiv ist für das Viviverse, das kann ich euch nicht sagen. Aber potenziell könnte es auf jeden Fall positiv sein. Denn wenn Vivi natürlich hier an ihrem eigenen Metaverse bastelt, Disney ist ein Part der App. Und dementsprechend könnte Disney sich natürlich selbst dort auch sehr, sehr stark etablieren ins Viviverse und müsste an dieser Stelle kein eigenes Metaverse erstmal schaffen. Randy Chavez hatte zum Beispiel auch darunter geschrieben, the most likely just temporary. Das heißt in ein bis zwei Quartalen, wenn die Zahlen wieder besser sind, könnte es sein, dass diese ganze Aktion hier wieder zurückgefahren wird und das gesamte Team wieder zurückgeholt wird. Das sind aber natürlich nur Spekulationen, das können wir an dieser Stelle nicht wissen. Aber es wäre natürlich ein mega Vorteil für Disney, direkt bei Vivi eigentlich ins Metaverse mit einzusteigen und auch vielleicht mit Geld zu supporten. Ansonsten schauen wir uns auf jeden Fall nochmal ganz kurz den Kryptomarkt an. Da sieht es momentan wieder etwas rot aus. Insgesamt aber auch beim Omi-Token. Dort sieht es weiterhin ganz schön mies aus. Wir sind jetzt schon wieder hier bei einem ziemlichen Low angekommen. Momentan bei 0,078. Ich persönlich jedenfalls kaufe momentan nicht nach aus unterschiedlichsten Faktoren. Erstmal einfach, weil mir momentan zu wenig beim Token passiert und ich persönlich einfach momentan nicht noch mehr Geld reinstecken möchte in einen Token, wo ich nicht weiß, wo das Ganze preislich auch noch hingehen kann. Denn wenn man sich das Ganze hier mal auf dem Jahreschart anschaut, dann sieht man eigentlich, es geht wirklich nur nach unten gefühlt die ganze Zeit. Und das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen eigentlich. Dementsprechend, ich persönlich pausiere momentan meinen Kauf, was du natürlich machst, das ist dir überlassen. Aber einfach nur, dass du weißt, auf jeden Fall, was ich an dieser Stelle hier auf jeden Fall momentan mache, was Nachkaufen angeht. Außerdem kann ich dir momentan nur raten, sich von Binance fernzuhalten, denn das hat unterschiedliche Gründe. Unter anderem ein Grund ist, Binance und auch CZ wurden wegen Schwerenverstoß gegen regulatorische Auflagen von der CFTC angeklagt. Das ist an dieser Stelle eine regulatorische Behörde in den USA. Ein brisanter Anklagepunkt ist Insiderhandel und Marktmanipulation. Und außerdem wird CZ vorgeworfen, mit über 300 Accounts die Märkte manipuliert zu haben. Also hier nicht ganz so leichte Vorwürfe. Deswegen, ich persönlich würde mich momentan auf jeden Fall von Binance erstmal fernhalten. Alle Funds auf andere Exchanges zieren, denn man weiß leider nie, ob das Ganze jetzt plötzlich ein Rugpoll wird. Auch wenn Binance eigentlich, ja, vielleicht ein bisschen zu groß ist, um zu Rugpollen. Aber man hat zwar FTX gesehen und dementsprechend sollte man an dieser Stelle schlauer sein. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit den gesamten News. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, dann gib dein Video doch sehr gerne ein Like. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, beziehungsweise am nächsten Stream ab Freitag. Bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao. Bis dann, dein Käpt'n.